Hier ist einmal die Anleitung, ein wirklich dickes Buch, wo alles drinsteht. Dann haben wir noch geätzte Lokschilder, die man dran kleben kann. Wir haben Luftschläuche, Bremsschläuche und so weiter. Den Deckel kann man einfach abnehmen mit einem kleinen Clip. Und dann steht die Lokomotive auch schon hier auf dem Gleis.